Nach Trennung, Tami Hembro Schnappschuss mit Kids Die Kinder sind das Wichtigste für Tami Hembro, 28. Die australische Influencerin ist dreifache Mama. Sohn Wolf und Tochter Saskia stammen aus ihrer Beziehung mit Rese Hawkins. Erst im Juni dieses Jahres hatte die Beauty ihre Fans mit der Info verzückt, dass sie und ihr neuer Partner Matt Pooleltern der kleinen Pose geworden waren. Gerade erst gaben die frisch gebackenen Eltern ihre Trennung bekannt. Jetzt zeigte Tami, wie sie trotzdem mit ihrem Nachwuchs die Vorweihnachtszeit genießt. Auf Instagram teilte die 28-Jährige einige Bilder, die zeigen, wie die Familie gemeinsam die besinnliche Jahreszeit genießt. Tami und ihre Kids tragen passende weiße Pyjamas und posieren unter anderem vor einem mittlerm Meter geschmückten Weihnachtsbaum. Dazu schrieb die Netzbekanntheit, es ist wirklich die schönste Zeit. Anführungszeichen Die Fitness-Influencerin macht anscheinend das Beste aus ihrer Situation, obwohl es offenbar nicht leicht für sie ist. Der Webstart plauderte bei einem Fototermin aus, es ist ein harter Job, allein erzählende Mutter von drei Kindern zu sein. Anführungszeichen Die Fitness-Influencerin macht anscheinend das Beste aus ihrer Hastings-Influencerin macht anscheinend das Beste aus ihrer Zeit.